Luca, im siebten Testspiel die erste Niederlage. Wie waren heute deine Eindrücke bei der Partie gegen Würzburger Kickers? Ich fand, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gut gestanden hinten, bis auf zwei individuelle Fehler, die wir halt abstellen müssen. Aber insofern war es ein ordentliches Spiel. Wir haben uns gut bewegt. Es war ein guter Test. Wir waren natürlich auch ordentlich unterwegs. Ich war eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden. Auf dem heutigen Tag geht auch das Trainingslager zu Ende. Wie waren da deine Eindrücke? Ich finde, wir sind als Team gut zusammengerückt. Wir hatten gute Einheiten, haben gut trainiert, auch viele Testspiele gehabt, die wir positiv gestaltet haben. Jetzt das letzte natürlich nicht, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen und arbeiten natürlich weiter zum Saisonstart. Jetzt habt ihr jetzt erstmal zwei Tage frei. Wie fühlt man sich so nach fünf Tagen Trainingslager? Ja, man ist natürlich kaputt und genießt dann jetzt die Zeit zu Hause mit der Familie. Man kommt halt ein bisschen runter und am Montag geht es dann gleich wieder weiter. Dankeschön. Bitteschön.